Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zum Goddard Podcast. Der Podcast, in dem zwei sehr große Fans von Blauen Igeln keine Ahnung haben, was in den Comics überhaupt abgeht und trotzdem unqualifizierte Kommentare dazu abgeben. Herzlich willkommen. Du musst es unbedingt nochmal erwähnen. Natürlich. Verdammt. Ja, wie ihr bereits hört, habe ich heute nicht den David dabei. Die Person, die ihn heute vertritt, wird nur versuchen, ihn möglichst gut nachzumachen. Ich hoffe, das glückt und euch wird der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wir haben nämlich dabei den einzigartigen, den wundervollen, den absolut sympathischen und unheimlich gut aussehenden Timo, beziehungsweise Fasti. Hallo. Servus, danke für die Vorstellung, dass du es so nett formuliert hast. Wow. Das ist echt gut. Ich glaube, ich nenne dich David. Ich konnte es aber probieren, ein bisschen durchzuziehen, aber ich möchte hier auch demonstriertreten. Nein, ich höre damit auf. Nein, bitte nicht. Ich finde das herrlich. Ich mache das jetzt so unangekündigt einfach nebenbei mal. Ja, und mich kennt ihr hoffentlich auch, Steven, beziehungsweise Rookie. Und ich würde sagen, damit können wir direkt mal starten mit, ja, Rooks das Rant der Woche. Er ist mal wieder zurück und ich habe diese Woche sogar zweimal einen Rant für euch. Der erste Rant ist, wir nehmen das gerade parallel zur Mario Kart Runde auf unserem Spindash Discord Server auf. Und wer ist da gerade in den Channel gekommen und hat mir noch gesagt, er kann diese Woche auf keinen Fall schon mit aufnehmen. Also nur, wenn es unbedingt nötig ist und ist jetzt trotzdem im Mario Kart Channel zum Zocken. Richtig. David. Das ist doch wohl eine Frechheit. Das kann doch nicht wahr sein. Also, David, falls du das hier hörst, das Geld für diesen Monat ist gestrichen. Du kriegst kein Gehalt von mir. So wie immer, aber das muss ja keiner wissen. Das wird investiert in irgendeine Sonic-Comic-Enzyklopädie. Damit wir endlich mal was über die Comics wissen. Genau. Aber hey, wir könnten sie ja auch einfach lesen. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass man da, dass man das machen muss. Dass man Zeit da reinstecken muss. Ja, gut. Ja, wir haben ja ganz andere wichtige Sachen zu tun, so in der Freizeit. Wie zum Beispiel Pokémon spielen. Genau. Was für ein Übergang. Na gut, das ist jetzt tatsächlich nicht der Rant der Woche, sondern einfach nur ein kleines Update. Ich habe ja letzte Woche sehr positiv über Pokémon-Legenden Asteroys gesprochen. Keine Sorge, es bleibt spoilerfrei an der Stelle. Ich muss nur die Meinung tatsächlich etwas revidieren. Weil mittlerweile habe ich den Pokédex komplett voll und damit auch die komplette Hauptquest, auch im Postgame, abgeschlossen. Nach so circa 45 Stunden. Und während mir das Storytile und alles sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen, dass der Rest sehr, sehr repetitiv wird. Also man macht im Endeffekt nichts anderes mehr, als rumzurennen. Pokémon fangen, Pokémon fangen, Pokémon fangen, Pokémon besiegen, Pokémon fangen, Pokémon fangen, Pokémon fangen. Und das Spiel besteht irgendwann aus nichts anderem mehr. Also man arbeitet nur noch stumpf Listen runter. Das habe ich so, die Aussage habe ich in einem Review auch gehört. Und konnte sie zu der Zeit noch nicht ganz nachvollziehen, weil ich zwar so war, ja okay, der Reviewer hat durchaus recht. Übrigens, das ist das Review vom YouTube-Kanal Sampzockt. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Und ich war halt immer noch so, ja gut, hat vielleicht recht, aber fällt jetzt für mich gar nicht so sehr ins Gewicht, weil mir hat es ja trotzdem Spaß gemacht. Aber dann halt irgendwie habe ich ja noch 30 Stunden weitergezockt. Und irgendwann war das wirklich so, eh, please, stop. Also das fand ich schade. Das ist wirklich schade, weil an sich macht das halt furchtbar viel Spaß. Das habe ich ja letzte Woche sehr ausführlich auch dargestellt, warum das Spaß macht und dass ich das halt eigentlich sehr, sehr cool finde. Aber es ist halt irgendwann ein bisschen zu viel des Guten, weil die Abwechslung fehlt einfach. Aber naja, wie gesagt, der Story-Anteil auch im Postgame, der hat super viel Spaß gemacht. Es gab dann noch eine kleine Überraschung, mit der man hätte rechnen können, ganz, ganz am Ende, nachdem der Pokédex voll ist. Die will ich natürlich hier an der Stelle nicht spoilern, keinesfalls. Und ich bleibe dabei, dass ich für das Spiel eine Empfehlung ausspreche. Ich sage jetzt mittlerweile nur, nicht zum Vollpreis, vielleicht warten, bis das so 40 bis 50 Euro so in dem Dreh kostet. Dann, denke ich, ist das fair. Aber 45 Stunden für quasi 100 Prozent finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Klar, ich muss noch die ganzen Pokédex-Einträge vervollständigen, wo man ja dann sowas machen muss, wie ein Pokémon irgendwie 30 Mal fangen oder 10 Mal besiegen. Irgendwie so die Richtung, was auch schon erahnen lässt, dass das halt einfach nur viel mehr vom Gleichen ist. Und der Reward dafür ist, äh, billig. Also das war es mir dann nicht wert. Ergo werde ich es dabei belassen jetzt bei den 45 Stunden. Hatte viel Spaß, aber naja. Ja, so lange man mit der Erwartungshaltung rangeht, ist das ja vielleicht okay, dass man da jetzt nicht irgendwie 300 Stunden krasses Pokémon-Gameplay um die Ohren davon bekommt, sondern sagt so, ey, für zwischendurch so 40, 50 Spielstunden zum angemessenen Preis. Warum nicht? Ja, witzig, dass du Erwartungshaltung ansprichst, weil ich habe gestern einen Podcast von den Gaming-Clerks gehört, die übrigens auch ein witziges Sonic-Profilbild haben. Und da wurde auch ein bisschen intensiver darüber gesprochen, warum das Spiel gerade so gut wegkommt oder warum das halt von vielen gut bewertet wird. Wobei, nee, es war kein Podcast, es war ein Video auf dem Kanal, Entschuldigung. Und zwar, weil die Erwartungshaltung einfach nicht vorhanden war. Alle haben dieses Spiel gesehen und gedacht, oh mein Gott, es ist hässlich, ich will das nicht. Und sind dadurch mit einer super niedrigen Erwartung rangegangen. Und natürlich, wenn du keine Erwartungen hast, kann das Spiel halt scheiße sein, aber du wirst es ja trotzdem zumindest so finden, dass es deine Erwartungen erfüllt hat. Und es ist jetzt halt ein bisschen besser als Erwartungen erfüllt. Und das ist dann ja natürlich eigentlich schon ein super geiles Spiel, so im Kopf sozusagen. Fand ich durchaus nicht uninteressant, den Ansatz da ranzugehen. Es sollte nur nicht der Anspruch sein von einem Studio wie Game Freak zu sagen, okay, wir schrauben die Erwartungen im Voraus so weit runter, dass das Spiel, wenn es auf den Markt kommt, gut ankommt, weil es besser ist als die schlechten oder wenigen Erwartungen, die die Leute hatten. Das sollte eigentlich nicht deren Ansporn sein. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass es Game Freaks Ansporn ist. Ich glaube, Game Freak würde gerne wesentlich mehr auch aus dieser Reihe machen und mehr Zeit investieren, mehr Geld investieren. Aber die Pokémon Company hängt da ja sehr stark drinne. Und ich habe den Eindruck, dass die halt sagen, ja, einmal im Jahr muss da so ein Pokémon-Spiel auf der Matte stehen. So, macht halt, es ist doch scheißegal wie. Ja. Weil it prints money, TM. Tatsächlich. Ja, wenn es sich nicht so gut verkaufen würde, würde man vielleicht mal mehr Zeit und Aufwand da reinstecken. Aber solange die Leute das halt immer noch einfach so nehmen. Es tut mir leid. Ich bin schwach. Ja. Und warum ich schwach bin, sieht man jetzt, nachdem ich Legends Arceus durchgespielt habe, habe ich Bock auf die vierte Generation bekommen. Und anstatt einfach meinen 3DS zu nehmen und Platin draufzuspielen, habe ich mir natürlich Pokémon Brilliant Diamond. Wie ist der deutsche Name? Strahlender Diamant. Es ist leuchtende Perle und strahlender Diamant, ja. Strahlender Diamant, ja. Moment. Pokémon Diamant. Mal gucken. Strahlender Diamant, ja, Tatsache. Und habe es mir gekauft. Es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich habe mit Fasty gerade vorher schon kurz drüber gesprochen. Aber das kommt sehr viel dem zugute, dass Diamant, Perle und Platin halt keine schlechten Spiele waren. Wobei die Platin-Inhalte kann man halt mit der Lupe suchen. Es sind halt ein paar Pokémon, die exklusiv für Platin da waren jetzt drin. Wow. Und ansonsten hat man halt die eindeutig schlechtere Version genommen. Okay, sei es drum. Und man bekommt halt genau das Spiel auf dem DS, nur mit anderer Grafik. Und der Chibi-Look sieht jetzt nicht so furchtbar aus, wie ich gedacht habe. Aber der ganze Rest so, dann fängt es plötzlich an zu regnen in einem Gebiet. Und die logische Konsequenz ist natürlich, dass von allen Objekten und sonst was, was da rumsteht, alle Schatten verschwinden. Oh, na klar. Ist ja logisch. In einem echten Leben. Genau. Nee, und das sind so Sachen, die regen mich halt sehr, sehr auf. Der Soundtrack. Was sie aus dem Soundtrack teilweise gemacht haben. Ich hab Fasti gerade eben mal ein Stück von der Stadt vom Ersten Orden geschickt gehabt. Was mich wirklich veranlasst hat zu sagen, meine Ohren bluten. Das war halt Midi gedudelt von der übelsten Sorte. Ich hab da kurz reingehört und das klingt halt maximal wie schlecht komponiertes Zeug auf dem Game Boy Advance. Das hat nichts mit Musik aus einem Videospiel im Jahr 2022 zu tun. Also, sorry. Man muss aber auch sagen, alle Soundtracks sind schlechter gemacht. Nur um das erwähnt zu haben. Es gibt auch ein paar, die klingen wirklich, wirklich gut. Beispielsweise viele der Battle Themes, beispielsweise gegen Team Galactic. Aber ja, so. Ich bin jetzt in der siebten Arena. Und das Spiel ist sehr originalgetreu. Das muss man ihm lassen. Was aber vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil ein Remake sollte halt schon ein bisschen mehr bieten. Wenn ich dran denke, dass so was wie, so Spiele wie HeartGold und SoulSilver oder Omega Rubin Alpha Saphir, die hatten dann halt Story-Elemente vom jeweils dritten Spiel, namentlich Kristall und Smaragd, noch mit drinne, wenn auch gerade bei Omega Rubin Alpha Saphir in sehr anderer Form. Aber das war halt sehr, sehr cool. Und so was fehlt halt zumindest bisher bei Diamant und Perl, bei den Remakes komplett. Und das finde ich sehr schade. Ausgehend von Reviews kommt das auch nicht. Und, ne ja. Ich weiß auch nicht genau, was da schiefgelaufen ist. Weil die Erwartung, also jetzt auch wieder Erwartungshaltung, dadurch, dass die letzten Remakes so gut waren, bin ich davon ausgegangen, dass wenn die Diamant und Perl schon mal neu auflegen, dass das auch so ähnlich wird oder besser. Und dann präsentieren sie da, naja, so ein bisschen was Halbgares. Ne, also, damit haben sie mich gar nicht bekommen. Wobei man da ja sagen muss, das ist ja nicht von Game Freak entwickelt, sondern von Ilka. Und, ja, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, woran sie sonst groß gearbeitet haben. Ich weiß, die waren bei Pokémon Home involviert. Aber, ja, das war es im Prinzip auch. Ansonsten sind die, glaube ich, mehr auf Mobile Games fixiert. Und, seien wir ehrlich, die Diamant und Perl Remakes sehen so aus und spielen sich so. Also, ich kann das komplette Spiel mit einer Hand spielen. Und das ohne Probleme. Was aber tatsächlich eine positive Änderung ist. Also, für die Turbo-Träter, dass man halt schnell laufen kann, muss man nicht mehr den B-Knopf gedrückt halten, sondern einfach den Control-Stick komplett in eine Richtung drücken. Das finde ich super angenehm. Okay, das ist tatsächlich gut. Und, ja, dass man halt die Navigation und sowas mit einer Hand machen kann, ja, das ist nichts Neues. Also, das ist tatsächlich sogar eine positive Änderung. Nur, dass man jetzt in alle Richtungen laufen kann, sorgt es für einige komische Sachen. Beispielsweise in irgendwie, äh, Lücken reinzukommen, die halt genau ein Feld breit sind, ist teilweise super schwer. Mhm. Und, weil man ist jetzt halt nicht mehr auf dieses, ähm, dieses Gitternetz beschränkt, sondern eben, äh, ja, man bewegt sich halt in Pixeln sozusagen. Aber die Welt ist trotzdem noch basierend auf demselben Gitter-System ausgelegt. Ja. Und da prallen zwei Sachen aufeinander, die nicht so gut zusammenpassen, glaube ich. Was übrigens in den Cutscenes so lächerlich aussieht, weil sie da natürlich auf die vier Richtungen beschränkt sind, wie halt auf dem DS. Och nö. Und dann laufen die halt geradeaus an eine Stelle, dann kommt die Animation, wo sie sich drehen auf der Stelle und dann laufen sie weiter geradeaus. Das war nicht mal damals so. Damals waren sie zwar auf die vier Richtungen begrenzt, aber sie haben sich halt nicht auf der Stelle angehalten und sich gedreht. Zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Und das, das sieht halt so furchtbar aus teilweise. Aber ja, ich möchte gar nicht so viel mehr über Pokémon reden, weil wir sind ein Sonic-Podcast. Unser Aufnahme-Bot hat uns freundlicherweise gerade nach langer Zeit mal wieder spontan verlassen. Deswegen, ja, ich habe gerade gesagt, also eigentlich schon ein bisschen mehr gesagt, aber die Aufnahme hört genau exakt da auf, wo ich sage, denn wir sind ein Sonic-Podcast. Das finde ich sehr witzig. Roll Credits. Und dann machen wir jetzt einfach weiter, denn wir sind ja ein Sonic-Podcast und deswegen kommt jetzt Rooks das Rant der Woche und es geht um Nintendo. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Thema verfehlt, Sätzen sechs. Also, um das, was ich gerade gesagt habe, mal kurz zusammenzufassen. Gerade verschwinden auf YouTube sehr, sehr viele Nintendo-Soundtracks. Die werden weggeblockt von einer Entität, die von YouTube selbst Nintendo genannt wird. Also, so steht es dann in den Videos drin. Das Ganze ist halt ein bisschen schwammig, weil noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich Nintendo-Nintendo ist oder eine Firma, die sich halt als Nintendo ausgibt, weil wäre es das richtige Nintendo, würde da sowas stehen wie Nintendo of America Inc. oder Nintendo CO.LTD, also Nintendo Corporation Limited. Irgendwie so die Richtung waren bisher immer die, die solchen Content weggeblockt haben. deswegen weiß man jetzt noch nicht, ist das wirklich Nintendo. Ich gehe jetzt davon aus, dass es wirklich Nintendo ist und ich finde das scheiße. Betroffen sind nämlich sehr, sehr viele Kanäle, die die Soundtracks beispielsweise in Extended-Versionen hochladen. Ein sehr großes Beispiel, der jetzt auch seinen Kanal deswegen beendet, ist Gilvasana. Und ich bin jemand, ich höre mir super gerne einfach Extended-Versionen von Soundtracks an und lasse die halt einfach nebenher dudeln beim Arbeiten oder sonst was, weil ich die Soundtracks geil finde. Genau, da mache ich auch mit. Das ist total entspannend und gerade die Musik von Nintendo, die ist auch immer ganz weit oben und wird ja auch nirgendwo anders veröffentlicht. Das ist ja das Ding, wenn man die Wahl hätte, einfach auf Spotify zu gehen oder so und das da zu hören, könnte man es machen. Aber Nintendo Released die Tale ja nicht. Also vieles ist tatsächlich ja auf CD rausgekommen, ich habe auch ein paar davon hier. aber ich würde das trotzdem einfach, was du halt sagst, wenn ihr das schon wegblockt, ja dann schafft ein Ersatzangebot und das gibt es halt online gerade nicht. Ich wäre sogar bereit dafür zu bezahlen mit der Bedingung, dass ich das halt auf mehreren Geräten unter anderem PC und Handy halt hören kann, dann bezahle ich halt super gerne dafür, wenn ihr mir irgendwie sagt, ja hier, du bezahlst halt 10 Euro im Monat und kannst dir dafür 10 Stunden Version von allen Songs aus unserer Bibliothek anhören. Gibt mir, nehme ich, sofort. Aber es wird halt alles weggelöscht, ohne einen Ersatz zu bieten. Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit den ROMs, die Nintendo ja sehr, sehr aktiv löschen lässt und gerichtlich dagegen vorgeht. Und das ist deren gutes Recht. Ich möchte einfach nur, dass dann doch bitte irgendwie eine Möglichkeit da ist, dass ich solche Sachen spielen kann, weil meine aktuelle, ja mein aktueller Fernseher gibt es nicht her, dass ich irgendwie groß am Nintendo 64 spielen kann, ohne da nochmal hunderte Euros geführt für Equipment reinzubuttern. Und dann möchte ich doch bitte einfach die Spiele, so Nintendo gibt mir halt eine Möglichkeit, dass ich diese Spiele spielen kann, die ich halt spielen möchte. Und das tun sie einfach nicht. Beispiel Gamecube. Gamecube-Spiele kann man seit keiner Ahnung wann nicht mehr spielen. Es gibt quasi nur noch die Möglichkeit Emulator oder man gibt halt hunderte Euros einfach auf Ebay aus, um sich die Spiele zu kaufen. Ja. Und ich weiß nicht, warum Nintendo diese Gelddruckmaschine nicht einfach erkennt. Wahrscheinlich, weil die Switch Gelddruckmaschine genug ist. Ja, die wollen einfach nicht mehr Geld. Die sagen, das reicht uns jetzt, mehr brauchen wir nicht. Passt du. Deswegen haut man einfach alles weg, was den Fans Spaß macht und schafft halt kein Ersatzangebot. Es ist halt einfach so, ja, ist nicht unser Problem. Ihr kauft ja trotzdem unser Zeug. Tschüss. Das wäre es jetzt natürlich, wenn das gerade mit den Soundtricks der erste Schritt in Richtung Nintendo Streaming-Dienst ist. Wenn die jetzt erstmal quasi ihren Dienst rausbringen, alles andere eliminieren müssen. Und dann sagen sie, ja, guck mal hier, wir haben jetzt unseren eigenen Musik-Streaming-Dienst. Ja, wer es glaubt. Ich glaube auch nicht dran, aber es wäre lustig. Weißt du, deswegen bin ich halt wahrscheinlich auch viel größerer Sega-Fan, weil es gibt halt Videos, so 30 Minuten Extended-Versionen, wo Sega halt der offizielle Sonic-Kanal beispielsweise einfach drunter kommentiert hat. Mhm. Oder unter Fangames ist der Account auch sehr aktiv und kommentiert so, hey, das ist voll cool, macht weiter damit. Fan-Remixes, Fan-Art, das wird alles offiziell supportet. Und Nintendo ist halt so, nee, nee, Fans sind scheiße. Die sollen bloß unser Zeug kaufen. Genau. Ja, da sind die, da ist Sega auf jeden Fall cooler mit den Fans unterwegs. Das habe ich auch bei Nintendo nicht verstanden. Die können sich doch freuen, dass sie engagierte Fans haben, die sich da in dem Universum, was Nintendo geschaffen hat, wohlfühlen und noch mehr Zeit damit verbringen wollen und alles. Sega hat es erkannt, Nintendo irgendwie nicht. Sie haben das ja auch an mehreren Stellen schon ein bisschen begründet. Es geht ja unter anderem darum, dass man halt gerne die Kontrolle darüber hätte, was veröffentlicht wird. Das finde ich fair, gerade wenn es irgendwie dann an verfassungswidrige Sachen geht, an Jugendschutz, etc., etc. Finde ich einen fairen Punkt. Vier rührt aber auch einfach daher, dass Nintendo auch ein sehr traditionelles japanisches Unternehmen ist. Und ich finde, langsam ist es an der Stelle Zeit, bestimmte Traditionen vielleicht zumindest aufzuweichen. Hm. Ja, dem schließe ich mich voll an. Naja. Das musste jetzt einfach mal raus, weil diese Soundtrack-Geschichte kotzt mich dermaßen an. Ich höre mir so oft alte Pokémon-Soundtracks an von beispielsweise Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ich liebe diesen Soundtrack. Oh mein Gott, ist so gut. Aber nee, darf ich nicht. Naja. Dann musst du deinen DS rauskramen und Kopfhörer reinstecken. Ja, und dann in den einen Kampf, also bis zu diesem einen Kampfspiel, in den ich hören möchte und immer davor speichern und die dann einfach laufen lassen. Genau. Ja, ist so gut. Wäre natürlich auch cool, wenn man dann verschiedene Spielstände anlegen könnte bei einem Pokémon-Spiel. Geht ja jetzt theoretisch an der Switch, wenn du ein anderes Konto nimmst. Okay. Die umständliche Variante. Ja, gut. Aber ansonsten ja, nee. In Pokémon mehrere Spielstände, das ist bestimmt, da kommen dann wieder die bösen Cheater oder so. Oder die Hacker. Ja, die Hacker. Deswegen gibt es ja für viele Spiele keine Online-Saves. Mhm. Das hat alles so seinen Grund. Bestimmt. Bestimmt. Wir glauben. Hey, jetzt sollten wir endlich mal zu blauen Igeln kommen, die schnell rennen, oder? Ja, nur hoffen, dass der Podcast-Bot jetzt hier drin bleibt und nicht wieder abhaut. Ja, ach, wenn nicht, dann schlage ich ihn. Ah, okay. So gehst du halt. Also dann hole ich ihn in diesen Channel und kicke ihn einfach raus. Ah. Ich habe ja Atmenrechte auf diesem Server. Ich glaube aber, das wäre auch ein bisschen doof für die Aufnahme hier. Das stimmt. Das stimmt. Außerhalb der Aufnahme. Ja, sehr gut. Und wir beginnen unseren heutigen News-Rückblick mit dem Sonic-Movie. Nummer zwei. Denn da gibt es diese Woche einige neue News. Nichts jetzt weltbewegendes, aber schon ein paar kleine Sachen. Und die erste ist doch etwas faszinierend, weil ein neues Knuckles-Render aufgetaucht ist in den Dateien des, ja, des Movie-Posters. Was ich interessant finde. Das Ganze kam von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Astro Speed, Astro Seed P, kann das sein? Genau. Astro Seed P ist halt, ja, jemand, der sehr viele Kontakte hat und, ja, wie soll ich das sagen? Er kommt an sehr viel Zeug ran und hat auch schon sehr viel mit dem Sonic-Franchise zu tun gehabt. und er kam jetzt halt an die Archiv-Dateien vom Sonic-Movie-Poster ran, wie es scheint. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts in den News durcheinander. Die ist nämlich doch ein bisschen lang. Und, ja, in dem ursprünglichen File dieses Posters, so, ja, wahrscheinlich PSD-File für Photoshop, gab es dann mehrere Layer und viele waren ausgeblendet. Einmal Dr. Robotnik, was ich halt schon mal recht cool finde, weil jetzt hat man einfach die Artworks von Dr. Robotnik auf einem normalen Hintergrund. Sieht witzig aus. Mhm. Und, äh, Knuckles, der an dem Egg Mobile hängt. Und, das heißt so viel, wie Knuckles war in irgendeiner Form mal geplant, dass er schon auf dem Sonic-Movie-Poster ist, was wir am Anfang gesehen haben. Das sieht halt echt cool aus. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das damals halt, ähm, noch nicht zeigen wollten und den Knuckles-Reveal für ihren Trailer aufgehoben haben. Was ich auch gut finde tatsächlich. Ich glaube, wenn der, das Poster der erste Eindruck gewesen wäre, dann wäre die Reaktion nicht so groß gewesen. Ich frage mich jetzt nur, kam der Trailer nicht irgendwie zwei oder drei Tage nach dem Poster? Hätte man das nicht einfach tauschen können? Ja, aber man muss ja so ein bisschen Hype generieren. Ja gut, das stimmt auch. Und die Leute bei Spannung halten. und alles, ne? Ja. Man hätte dann natürlich, nachdem der Trailer draußen ist, nochmal eine Woche später eine zweite aktualisierte Version von dem Poster veröffentlichen können. Ähm, aber hat man halt nicht gemacht. Vielleicht macht man das. Wenn, wenn das Poster wirklich dann anfängt, umlaufend in den Kinos aufzutauchen, vielleicht hängt da die aktualisierte Version. Ich meine, wir haben ja quasi eine aktualisierte Version, weil ja ein Mockup natürlich erstellt wurde, weil, wenn die Dateien schon da sind, warum das nicht, warum das dann nicht einfach zusammenpacken? Genau. Und das sieht halt sehr cool aus. Und ich bin sehr gespannt, wie Knuckles Rolle dann in dem Film tatsächlich aussehen wird. Oh ja, also es geht ja anscheinend ein bisschen in die Richtung Sonic 3 und Knuckles. Erstes Jahr auf Robotnik Seite und mal gucken, was dann passiert. Ich bin sehr, oh nein, was könnte nur passieren? Vielleicht stellt sich heraus, dass Knuckles auf Dr. Robotnik hereingefallen ist. Oh no. Oh no. Wo ist eigentlich dein Akzent hin verschwunden? Ich vermisse den so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was du für einen Akzent meinst. Ich meine, ich kann das ja auch nicht so gut. Ich will das nicht die ganze Zeit hier machen. Ansonsten. Du kannst das viel zu gut. Das ist echt beängstigend. David, das tut mir leid. Ich werde dazu genötigt. Ich sitze die ganze Zeit einer mit einer Knoche neben mir und der Hilde mir gegen den Kopf und bin nicht zu reden. Ja, machen wir weiter. Denn neben diesem unveröffentlichten Knuckles-Render gibt es auch ein paar ganz, ganz wenige neue Filmszenen. Ben Schwartz hat nämlich einen kurzen Trailer gezeigt und ja, wie gesagt, an neuen Filmszenen ist ja jetzt nicht viel dabei. Es kommt wahrscheinlich auf so eine Sekunde, aber es sind neue Sachen drin, wie zum Beispiel Sonic übers Wasser läuft. Damit, Sonic is Jesus confirmed. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Endlich. Und ja, man darf jetzt da nicht zu viel erwarten, wenn man diesen Trailer guckt. Also, es ist halt wirklich maximal eine Sekunde neu. Aber hey, warum nicht? Haben oder nicht haben? Ja, es ist halt so ein kleiner, kurzer Social-Media-Spot irgendwie auch im wunderschönen, quadratischen Twitter-Instagram-Format, wo ich als Fernsehmensch ja die Krise kriege. Das kann ich gar nicht verstehen. Ne? Ach, richtig toll. Sind immer auf Video, auf YouTube-Videos im Hochformat. Ich liebe es. Oh ja, das ist ja auch, boah. Ich meine, viele gucken heutzutage über das Smartphone die Videos, ja, ich aber nicht und deswegen stört mich das schon ziemlich. Ja, und wenn du es schon auf dem Smartphone guckst, dann kannst du es ja auch mal ganz kurz drehen. Sollte jetzt auch nicht stören. Ne, ne, das geht nicht. Das ist zu viel Aufwand schon wieder? Dann kann man das ja nicht überhalten, so groß wie die Dinger mittlerweile sind. Ja, gut, stimmt. Ach man. Ja, aber der Spot macht irgendwie Spaß. Also, ist jetzt, wie du schon meintest, nicht viel Neues dabei. Ein paar Shots stehen vielleicht ein paar Frames länger. Ein, zwei neue sind drin. Das ist schon ganz lustig. Ja, und ich freue mich einfach sehr auf den Film. Ich kann es echt nicht mehr abwarten. Absolut. Also, Ende März kann kommen. Ende März, ja. Und dann sehen wir uns vielleicht in Berlin. Mal gucken. Ich hoffe. Außer die Welt geht bis dahin unter, aber... Ach, mit den aktuellen Corona-Zahlen, na ja. Ja, mei. Aber hey, machen wir erstmal mit guter Laune Sonic News weiter, denn wir sind immer noch beim Sonic Movie und beim chinesischen Neujahr, denn das Jahr des Tigers hat angefangen und ja, auch der Sonic Movie blieb nicht verschont davon, da ein paar neue oder besser gesagt neue, alte Artworks zu posten. Es sind halt kleine, kleine Poster, ähm, bei denen einfach die Hauptcharaktere als Render drauf sind und dann eine Grußmeldung zum chinesischen Neujahr, wenn ich das richtig verstehe. Und ich gerade von Knuckles, glaube ich, ist das das erste Poster, was wir gesehen haben, oder? Ja, wir hatten noch keinen richtigen offiziellen Knuckles Render und der sieht tatsächlich echt gut aus. Der Sonic Render ist der aus dem ersten Teil? Genau. Also das ist halt auch exakt die Pose von Teen Sonic in Sonic Forces Mobile. Ja. Der von Tails sollte neu sein, weil im ersten Teil Tails war jetzt ein bisschen schwierig, den irgendwie auf dem Poster zu packen, wenn er so zwei Sekunden im Film auftaucht. Mhm. Aber das wäre vielleicht auch leicht Spoilery gewesen. Ganz leicht. Ein bisschen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben. Ja. Ja. Dafür ist jetzt das neue Poster voller Charaktere. Spätestens, wenn man Knuckles rein photoshoppt. Ja, das stimmt. Und weiterhin gab es auch eine, ja, so kleine E-Postcard-Videodinger. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Greeting Cards heißt es hier. Sind halt so E-Postkarten einfach mit so einer kleinen Animation, Feuerwerk und natürlich unseren drei Hauptcharakteren im Spotlight jeweils auf einer Karte. und ja, ist jetzt nichts Spezielles, aber es ist da und man kann es genießen und es sieht hübsch aus. Ja, auch die sind halt Sachen, die existieren. Ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal eine E-Postcard verschickt? Keine Ahnung, als ich so neun Jahre alt war vielleicht. Ich glaube, auch damals kamen die so raus und da hast du dich gefreut, dass da so ein bisschen was bunt animiertes in deiner E-Mail aufkommt. Ja, noch bei AOL. Genau. Ja, jetzt die neuen Geschichten, das sind wahrscheinlich so, ja, kleine Gruß-Gifs, die man per WhatsApp oder sonstigen Messengern Oh nein, erinnere mich nicht an irgendwelche WhatsApp-Gruß-Gifs. Oh, wenn da was von der Familie kommt, das ist immer ein bisschen grinty. Ein bisschen sehr. Ich bin in Comic Sans geschrieben. In Comic Sans mit schön viel glitzernen Sternchen und Rosen und dann schönen Sonntag. Ich mag sowas nicht. Ich hab da mal recherchiert, es gibt tatsächlich Kanäle, die sich diesen Content ausdenken und verbreiten. Also ob man es glaubt oder nicht, das sind nicht einfach Sachen, die so random existieren, sondern jemand macht das und verbreitet das und Leute freuen sich drüber. Ich hoffe, diese Person ist sehr stolz auf ihr Lebenswerk. Ich hoffe auch, weil es ist ein gewisser Look, den kannst du nicht einfach mal so machen. Da musst du dir Mühe geben, dass es so aussieht, wie es aussieht. Du hast dir schon richtig Mühe geben, um es so scheiße aussehen zu lassen. Genau. Und dann am besten noch so richtig mit den schönen weißen Rändern, die man noch extra dranmalt, damit es so aussieht, als wäre es schlecht ausgeschnitten. Das ist schon eine Kunst. Ja. Jetzt beim Sonic Movie 2 haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben, da sehe ich keine Ränder und auch keinen Comic Sans. Aber Oh mein Gott, ich muss noch was zu Pokémon erwähnen, wegen Ränder. Weil du es gerade sagst und es ist mir direkt vor der Folge kurz in einem Kampf aufgefallen, bei dem Kampf ist zu Ende Screen wird ja immer so auf den Gegnercharakter rangezoomt und der Hintergrund ist dann so ein bisschen blurry und dann kommt halt so Oh nein, du hast mich besiegt und wenn man auf den Charakter guckt, da ist um den Charakter herum so ein halber Zentimeter, was halt nicht geblurrt ist. Och nö. Ich weiß nicht, wie das geht. Das sind 3D-Modelle. 3D-Modelle in einer 3D-Umgebung. Das sollte nicht passieren. Das ist nicht einfach irgendwie Photoshop-Arbeit, wo man sagt, ja hier Zauberstabwerkzeug markieren, ausschneiden oder sowas. Nein, das sind 3D-Modelle. Wie passiert das? Ich, also das muss irgendein Filter sein, der nachträglich drüber raufgelegt wird. Ja, das ist dann aber ein schlechter Filter. Boah, nee. Also da war ich vorhin wirklich negativ begeistert. Ja, nee, das haben die sich als Stilmittel gedacht, damit die Figur noch ein bisschen mehr im Fokus ist, weil ja auch Teil des Hintergrunds da noch im Fokus ist und sich das irgendwie mehr vom Hintergrund abhebt, wenn man noch ein bisschen Hintergrund sieht. Bestimmt irgendwie sowas. Ja, ja. Gar kein technischer Defekt oder irgendwie Zurück zu Solo. Ja, genau. Ich musste das nur kurz einwerfen, weil es ist mir gerade irgendwie ins Gedächtnis gekommen. Genau. Wir sind ja auch gerade so ein bisschen, genau, wir sind ja auch gerade was so Artworks unterwegs, oh Gott, Mann, was ist denn mit mir und meinen Sätzen los? Das war letzte Woche schon so, dass ich da komplett gestolpert bin. Ich mache jetzt einfach wieder einen Neuanfang. Don't speak so fast, fast E. Gotta speak fast E. Nee, Gottes Willen, da war auch wieder der Wortwitz. So, ähm, es gibt ja nicht nur neue Artworks zum chinesischen Neujahr, zum Sonic Film, sondern auch tatsächlich mal einen neuen Look, ähm, zu Sonic Frontiers, wo wir ja seit der Ankündigung echt nicht viel Neues drüber gehört haben. Es gibt einen neuen Screenshot, Artwork, ich glaube, ich würde es als Screenshot bezeichnen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, mit dem Logo unten links in der Ecke und einem Überblick über die Spielwelt. Es ist an sich echt schön, also die Welt ist weitläufig, grüne Felder, blauer Himmel, merkwürdige antike Artefakte und Türme und alles drum und dran. Und keine Kästchenbäume oder Würfelbäume oder wie auch immer man das, was da in Lost World entstanden ist und seitdem existiert nennen möchte. Genau. Es ist einfach eine realistische oder sagen wir mal realitätsnahe Welt und ganz, ganz, ganz unten rechts, ganz klein in der Ecke steht der Titelheld Sonic und guckt in die Ferne. Und ganz ehrlich, wenn man ihn da einfach rausfotoshoppen würde, wüsste ich nicht, dass das ein Sonic-Spiel ist. Ja, das liegt vermutlich auch daran, dass das eine neue Richtung für Sonic einschlägt. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich. auch da hoffe ich, dass sie sich ein bisschen was dabei denken und Sachen planen. Aber so an sich, es wirkt halt auf dem Bild wie, das ist eine riesige neue Welt und wir können uns darin frei bewegen und es macht hoffentlich Spaß, sich da in dieser Welt zu bewegen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es basically der Trailer-Shot ist, nur die Kamera sitzt halt woanders. Genau. Sonic steht auch in exakt derselben Pose da, das ist wahrscheinlich so seine Standard-Idle-Pose. Die er schon in den letzten Spielen hatte. Genau. Das Marketing-Team musste ganz schnell noch irgendwas Neues rausbringen und da ist dieses Screenshot entstanden, der wirklich ja faktisch schön ist. Ja, kurz zum Hintergrund von diesem Screenshot, ist ja auch interessant zu wissen, das Ganze kam schon von PlayStation Korea im Dezember und wurde jetzt halt von der Community gefunden. Oh, okay. Und ja, das erklärt wahrscheinlich, warum es der Trailer-Shot ist, aber es ist halt trotzdem ein Shot, den wir so halt noch nicht gesehen haben. Das stimmt. Wir kriegen jetzt keine bahnbrechenden neuen Einblicke, aber ein neuer Blickwinkel auf die Welt ist ganz schön. Ich sehe gerade in den Kommentaren dazu, ich muss das mal rüberschicken, da hat jemand ein Fan-Made-T-Shirt gepostet, was ich durchaus witzig finde. Das ist dann so das Sonic Forces-Logo, wo einfach draufsteht No Gameplay, No Hype. Ja. Ich finde ich legitim. Ich total. Also der Ankündigungstrailer hat mich ja ein bisschen gekriegt, aber ich würde halt echt gerne mal langsam Gameplay sehen und schauen, wie sich das spielt. Ja, ich auch. Dass es gut aussieht, das beweist auch dieses neue Artwork. Aber ich wüsste gern, wie es sich spielt, anfühlt. Ich hoffe, es ist dann nicht so wie bei Pokémon, dass irgendwie die Render Distance so fünf Meter ist und dann die Texturen nachladen, wenn man da durchläuft. Ja, das wäre gerade bei einem Hochgeschwindigkeitsspiel wie Sonic ja echt eine Katastrophe. Ja. Naja. Was allerdings keine Katastrophe ist, ist das, was jetzt auf Spotify gelandet ist. Das ist völlig richtig. Im Gegensatz zu Nintendo hat Sega nämlich erkannt, dass Fans ganz gerne In-Game-Soundtracks hören und deswegen ist jetzt der Soundtrack von Sonic Mania offiziell auf Spotify gelandet. Und zwar nicht nur der, sondern wie ich gerade unseren News-Dokument entnehmen kann, auch noch andere. Ja, das habe ich auf dem Discord mitbekommen. Shoutouts an Shadow The Human von unserem Discord-Server. Dem ist nämlich aufgefallen, dass Sonic Generations Vol. 2 ebenfalls seit kurzem erst da ist. Ah, cool. Das ist auch sehr nice. Ja, auf jeden Fall wieder neues Futter für Soundtrack-affine Menschen. Kann man auch auf Repeat stellen, dass die zehn Stunden lang durchlaufen. Es sind keine Loops oder so. Aber quasi das, was andere Firmen nicht mögen. wie war das? Sega does what Nintendo don't. Ja, ja, lange her, aber ja. Ja. Ich sehe, jetzt haben wir die Möglichkeit, den zu hören. Ja, das ist echt gut. Auch mal wirklich in, ja, anscheinend fast kompletter Version. Also die Playlist heißt Original Soundtrack und in Klammern Selected Edition. Ja, ich sehe gerade die Green Hill Zone beispielsweise ist nicht drin. Chemical Plan scheinbar auch nicht. Also es fehlen tatsächlich Lieder, was ich ein bisschen schade finde. Vielleicht sind hier irgendwo auf einer anderen Collection mit drauf Flying Batteries drin, das macht mich schon glücklich. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt irgendwie, vielleicht sind alle Retro-Dinger draußen, aber nö, wir haben Flying Batteries da, das Speedway, Hydro City, das ist alles da, außer anscheinend Green Hill und Chemical Plant. Und, was uns dieser Soundtrack bringt, eine ganz wichtige Erkenntnis. Es heißt Hydro City, nicht Hydrocity. Ja. Es steht dort schwarz auf weiß oder beziehungsweise Spotify ist dunkel, weiß auf schwarz. Hydro City, nicht Hydrocity. Genau, es sind zwei einzelne Wörter. Also quasi die Hydro, Wasser, whatever, Stadt. Hydro City. Ich glaube, einer meiner Vorteile damals als Kind war, dass ich nicht wusste, dass man Hydro im Englischen Hydro ausspricht. Also ich habe es damals schon Hydro City genannt, weil das war so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Warum nicht Hydrocity? Weil das doof klingt. Ich meine, das Pokémon heißt doch auch Hydro-Pi. Ja, ist tatsächlich ein Totschlag-Argument. Ich gebe mich geschlagen. Mit der Weiterentwicklung Hydro-Sipi. Hydro-Sipi. Mirage Saloon Act 1 ist auch nicht da, sehe ich gerade. Also beide Versionen nicht. Also nur Act 2. Was ich schade finde, weil ich mag die Act 1 Musik tatsächlich mehr als Act 1. Von Sonic, die Version, die von Knuckles. Bin ich nicht ganz so der Riesenfan. Also ich hätte gedacht, dass sie von den neuen Sachen wenigstens alles da haben, aber nee. Wer auch immer da die Selection getroffen hat, hat ja, seinen Fokus vielleicht ein bisschen falsch gelegt. Also T-Lobes hatte ich irgendwie auf Twitter mitbekommen, hatte gepostet auf dieses Hydro-City-Meme, was halt jemand geschrieben hatte. Meinte T-Lobes, ja, das hat Sega hochgeladen, nicht ich. Ja gut, endlich haben wir Klarheit. Ja. Hydro-City. Das hätte ich fast falsch gesagt. Puh. Doch. Es heißt Hydro-City, nicht Hydro-City. Aber da werde ich mit David wahrscheinlich auch irgendwann noch einen Kampf anfangen. Ich glaube, er sagt nämlich Hydro-City, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wir können ihn auch mal fragen, was seine Meinung zu dem Thema ist. Und du machst mich fertig heute, ich liebe das. David wird sich richtig freuen, wenn er diese Folge hört. Ich hoffe, er tut das und er fühlt sich nicht beleidigt. oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen erst mal weiter. Und jetzt geht es mal wieder, also nach langer Zeit mal wieder, um Sonic Colors Rise of the Wisps. Denn Sonic Colors Rise of the Wisps hat einen Award bekommen, einen Platinum Award von den AVA Digital Awards. Und die AVA möchte einfach ein bisschen Tributzollen an die, ja, an die Evolution von Digital Arts, so sagen sie selbst. Und die vergeben halt eben auch Preise und den Platinum Award hat Sonic Colors Rise of the Wisps gewonnen. Und was genau das jetzt bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Es bedeutet wahrscheinlich einfach, dass es sehr, sehr gut ist. Und dem muss ich zustimmen. Also das waren wirklich zwei sehr, sehr coole Shorts. Absolut. Also allgemein, die ganzen Shorts, die sie in den letzten Jahren produzieren, machen echt Spaß, sich anzuschauen. sind sehr gut produziert, sehr gut gezeichnet. Und ich finde es schon ganz gut, dass es da irgendwie Anerkennung für gibt, dass es nicht so ein Ding ist, was irgendwie untergeht und was nur bei der Hardcore-Sonic-Fanbase ankommt. Wenn man so ein Award bekommt, dann wird man ja auch einem breiteren Publikum präsentiert. Und vielleicht guckt jetzt mal der ein oder andere da rein, der sich das vorher vielleicht gar nicht angeguckt hätte, um mal zu schauen, was da denn so toll dran ist, dass man dem einen Platinum Award gibt. Ja. Also ich lese gerade auch noch, AVA Digital Awards is an international competition that recognizes excellence by creative professionals responsible for the planning, concept, direction, design and production of digital communication. Ja, das klingt nach einer großen Sache. Ich habe bisher noch nicht davon gehört, aber das ist ja nicht schlimm. Nö. Geht mir tatsächlich ähnlich. Also irgendwie gefühlt habe ich mal den Begriff gehört, aber nee. Ich glaube nicht. So. Ja, damit haben wir das Thema aber eigentlich auch schon abgeschlossen. Schaut euch Sonic Colors Rise of the Wisps an, denn es ist wirklich gut und macht wirklich Spaß und ist besser als Sonic Colors Ultimate. Meine Meinung, nur meine Meinung. Man würde das ja wohl noch sagen dürfen. Ja, super. Kann man keinem irgendwelche Vorwürfe machen. Und ja, von digitalen Awards gehen wir weiter auf tolle Sammelobjekte von den Fasti sich eines sehr wahrscheinlich kaufen möchte. Ja, mein Portemonnaie ist jetzt schon so ein bisschen am weinen, wenn ich nur daran denke. Ja, dann kauft ihr halt nicht dreimal das Lego Set. Ja, aber es musste sein, okay. Gut, aber diese Folge geht es nicht um Klemmbausteine, sondern um eine Um Seife. Um Seife. Es sieht, also auf den Promofotos sieht es aus wie Seife. Nein, es geht um eine wunderschöne, oder wahrscheinlich wunderschöne, Sonic- und Shadow-Statue, die sich gerade noch in der Entwicklung befindet von der Firma S-Fire. Das ist ein, ja, japanischer Anime-Statuen-Manufacturer und die haben sich jetzt die Aufklärung gemacht, eine Sonic- und Shadow-Statue herauszubringen, ein schönes Diorama. Bisher existieren nur Prototypen, das heißt, sie sind einfach komplett grau produziert, keine Farbe, kein gar nichts drauf. Würde ich trotzdem nehmen. So wie es ist, kann man sich das eigentlich schon ins Regal stellen. Hat auch irgendwas, ne? Also ich kann es nicht genau beschreiben. So wie so eine Marmor-Statue sieht es gerade aus? Das stimmt, ja. Mal gucken, wie es final aussieht. Jetzt, es gibt noch kein Release-Datum, es gibt noch keinen Preis, so wie ich das sehe. Also unter 300 Euro wird das Ding nicht kosten. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, da kann man leider von ausgehen, dass es eine dieser teureren Geschichten wird. Ich finde es spannend, dass es diesmal nicht von First4Figures kommt, sondern sich auch mal ein anderer Hersteller da ranwagt, ein paar hochwertige Statuen zu produzieren. Beziehungsweise in dem Fall erstmal eine hochwertige Statue bestehend aus zwei Charakteren und einer Base, die ich noch nicht so richtig zuordnen kann. Also Sonic und Shadow stehen da... Ich würde annehmen, ich würde annehmen, dass es einfach schwarz, äh, Quatsch, äh, rot-blau ist. So im Stile des Sonic Adventure 2 Logos. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Also halt auch sehr viel ähm, Geröll, kaputte Straßen, Platten, die sich da irgendwie aufbauen. Mhm. Weil Shadow alles kaputt macht. Ja, also mich erinnert es tatsächlich ein bisschen mehr an das Intro von Shadow the Hedgehog, wo Shadow auf so einem Stein stand und Sonic irgendwie vor ihm da zusammenbricht. Und stirbt. Und, ja, quasi stirbt. Als an, ähm, Sonic Adventure 2. Aber man erkennt relativ eindeutig, dass Sonic seine berühmten Soapschuhe trägt. oder tragen wird. Weil aktuell sind's graue Blobs. Ach, blaue Blobs sind auch okay. Graue Blobs. Äh. Es ist, es ist heute spät. Grau, grau, grau sind alle meine Blobs. Okay. Das, das musste ich noch kurz loswerden, bevor Leute sich fragen, welche Farbe meine Blobs haben könnten. Grau. Jetzt ist das auch geklärt. Nein, ähm, eine wunderschöne Statue wahrscheinlich, die ordentlich Geld kostet und auch ordentlich viel Platz wegnehmen wird, leider. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Meine Lösung ist, wenn ich keinen Platz für sowas hab, dann kaufe ich mir einfach eine neue Vitrine. Und dann wird dafür Platz geschaffen. Ähm, aber auch dafür geht irgendwann, ja, es ist einfach zu viel. Du könntest ja sämtliche First-Four-Figures-Statuen dir kaufen. Da habe ich Gott sei Dank irgendwann den Absprung geschafft. Da besitze ich die ersten beiden und alles, was danach kam, war einfach nur viel zu teuer und viel zu groß. Die logische Konsequenz aus zu wenig Platz ist übrigens, äh, eine, ein Palast kaufen. Stimmt, könnte ich eigentlich auch mal drüber nachdenken, ne? Also, keine Ahnung, mir fällt da nichts anderes ein. Das ist das einzig Sinnvolle. Ja, ja, ja. Alternativ gibt's für ein paar Euro im Monat ja so Storage-Rooms, wo man sein Zeug einfach bunkern kann, aber das ist... Ja, aber ich will das ja alles angucken. Genau. Also, da brauche ich schon ein 900 Quadratmeter Zimmer bald. Ja, mindestens. Ja, ich glaube, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn's mehr Details zu dieser Statue gibt und hoffen einfach mal gesamt, dass der Preis sich einigermaßen in Grenzen hält. Wird er nicht. Wird er sehr wahrscheinlich nicht, nein. Wo sich der Preis aber in Grenzen hält, ist in Sonic Dash und in Sonic Forces Mobile, wo ihr komplett kostenlos einen neuen Charakter bekommen könnt. Denn in Amerika... Hm? Komplett kostenlos sogar? Ja. Für ein Mobile-Game. Für ein Mobile-Game. Wahnsinn. Man kann Geld dafür ausgeben, also zumindest in Sonic Forces Mobile, um doppelte Karten zu bekommen, aber man muss nicht. In Amerika ist nämlich gerade die große Football-Saison. Der Super Bowl ist heute oder nächstes Wochenende? Ich habe keine Ahnung. Nächstes Wochenende. Wir haben schon mal über Football geredet, oder? Letzte Woche. War das letzte Woche oder war es vorletzte Woche? Ich weiß nicht. Es ist schon wieder so lange her. Es ist eine ganze Woche her, Mensch. Es war vorletzte... Doch, vorletzte Woche. Da wurden Sonic & Tails bei einem NFL-Spiel gesichtet. Da war David noch da. Ich meine, da war David mit leicht anderer Stimme noch da, aber er ist jetzt in den Stimmbruch gekommen und sitzt jetzt hier. Ja, das wird doch langsam Zeit, dass ich das mal langsam schaffe hier mit dem Stimmbruch nicht. Oh Gott. Es tut mir so leid. Das ist aber ein komischer Stimmbruch, deine Stimme hat sich ja komplett verändert. Ja, das ist so ein Extended Stimmbruch. Ach so, der Stimmbruch, die ist sie. Genau, wenn man zu lang damit wartet und das erst sehr spät macht mit dem Stimmbruch, das macht man ja auch selbst, das passiert ja nicht einfach so. Natürlich. Zurück zum Thema. Linebacker Omega ist jetzt verfügbar. Ein neues Design für unser aller, ich wollte jetzt sagen Lieblingsroboter, aber ich glaube, die meisten mögen Gamma tatsächlich irgendwie lieber. Für einen sehr wichtigen Roboter im Sonic-Franchise, nämlich Omega. Und er ist jetzt Linebacker. Das heißt, er trägt einen Football-Helm und hat einen ziemlich grünlichen neuen Anstrich bekommen. Es könnte halt auch eine völlig andere E-Einheit sein mittlerweile, ne? Ja, E23. Weil er trägt die Nummer 23. Die 1 fehlt. Was haben die damit gemacht? Unfassbar. Das ist wahrscheinlich sein Daumen, den er dann davor hält nach einem Touchdown. Ja, ich verstehe Dinge von Football. Das macht man nach einem Touchdown so. Genau. Ja, in Sonic Forces Mobile läuft jetzt gerade das Blitz-and-Destroy-Event, wo ihr wie üblich Missionen abschließen könnt, um insgesamt 300 Karten zu sammeln, um euch den Charakter zu sichern. Das Event läuft noch bis zum 10.02.2022. Angefangen hat es am 4.02. Also am, ich glaube, Donnerstag, Freitag? Freitag. Und damit läuft es dieses Mal ein bisschen kürzer. Zeit ist also recht knapp. Macht also schnell, damit ihr euch noch alle Karten sichern könnt, bevor das Event vorbei ist. Und falls ihr den Charakter ganz unbedingt haben möchtet, es gibt die Option, dass ihr euch Tales-Tresor besorgt, womit ihr halt doppelte Karten bekommt für den Charakter. Aber auch nur für die Dauer des Events. Ich werde das nicht machen. Ich habe die Karten, glaube ich, bald alle zusammen. Mir fehlen noch 100 oder so. Das sollte ich irgendwie schaffen. Von daher passt das schon. Und auch in Sonic Dash halt Linebacker, Omega. Ich muss die ganze Zeit an Lineback denken aus Zelda Phantom Hourglass. Merkwürdig. Vor allem, ich sehe gerade, das Event ist in zwei Stages aufgeteilt. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das habe ich auch in-game nicht gesehen. Also ihr habt noch länger die Chance. Bei der zweiten Event-Stage gibt es dann auch noch... Ach Gott, wie hieß er? War es einfach nur Football-Zevok? Moment, ich muss ganz kurz das Spiel mal starten und mal nachschauen. Er heißt... Wie steht denn hier sein Name? Eine kleine Werbesendung. Quarterback-Zevok. Ja. Und den gibt es dann in der zweiten Event-Stage, die wahrscheinlich dann am 10.2. starten wird. Puh, jetzt brauche ich mir doch kein Kopf mehr machen, dass ich vielleicht doch die Karten nicht mehr rechtzeitig bekomme. Genug also... Genug Grund also, das Spiel mal wieder anzuwerfen. Und Sonic Dash, könnt ihr parallel direkt auch aufmachen, denn dort könnt ihr jetzt wieder täglich vier Football-Items auf der Strecke sammeln und dafür einen tollen Bonus kassieren. Am ersten Tag gibt es rote Sternringe, am zweiten Tag Gems und am dritten Tag bekommt ihr dann Linebacker Omega. Und dann Tag 4 nochmal Ringe, Tag 5 rote Sternringe, Tag 6 Ringe und Tag 7 nochmal Gems. Und drei Tage mal kurz für zwei Minuten spielen. Ich denke, das ist okay für den Charakter. Kann man schon machen. Ja, das kann man hinkriegen. Und das soweit zum Neuzugang in Sonic Dash und Sonic Forces Mobile. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg beim Freischalten. Wie lange das Event in Sonic Dash geht, kann ich leider nicht sagen, weil da ist keine Länge angegeben. Es ist halt wahrscheinlich einfach irgendwann vorbei. Tut mir leid, aber genau lässt sich das halt nicht so nachgucken. Ja, im Zweifel schnell sein und hoffen, dass man es schafft. Genau. Und wir machen jetzt weiter mit tollen Social Media Posts von den offiziellen Sonic the Hedgehog und Sega Kanälen. Oh ja, da haben sie sich diese Woche wieder ein bisschen ausgetobt. Nämlich der Twitter und auch Instagram Kanal hat, wie soll ich sagen, das Wochenende eingeleitet und wie, naja, ein kleiner Sonic-Plus tanzt da vor einem Glitzer-Hintergrund während Reach for the Stars läuft. Ich glaube, das ist eine akkurate Beschreibung des Posts. Würde ich auch sagen. Also, man kann natürlich Fantasie spielen lassen. Er ist richtig hart am Abzappeln in der Disse. So sprechen die coolen Kids von heute doch, oder? In der Disse. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, die coolen Kids von heute vor 20 Jahren vielleicht. Du bist schon ein bisschen älter als ich, du musst das doch wissen. Ja, damals, damals war das so. Ah, mein Rücken. Nee. Aber du sagst deinen Rücken, ich habe aktuell super Probleme mit der Bandscheibe. Oh, nee. Ich habe das ganze Wochenende nur auf dem Sofa gelegen, damit ich das irgendwie mal ein bisschen entspanne. Ich muss mir einen neuen Stuhl kaufen, weil mein Homeoffice-Gaming-Stuhl ist doch nicht für den wirklich Hardcore-Dauereinsatz gedacht, wie ich feststellen darf. Ist das kein ergonomischer 3000-Euro-Sessel? Nein, es ist ein 500-Euro-Gaming-Stuhl von DXRacer, Hashtag Not Sponsored, den ich damals irgendwann bei einem Gewinnspiel von GameStop gewonnen habe. Er ist im Call of Duty Black Ops 3 Limited Edition Design. Okay. Und ich habe den einfach gewonnen und seitdem sitze ich da drauf. Na gut. Grüße gehen übrigens raus an GameStop. Ich hätte gerne einen neuen, weil das Leder übel krass abfleddert. Kann man den noch zurückgeben? Den kostenlosen Stuhl, den ich vor sechs Jahren gewonnen habe, kann ich den nochmal zurückgeben und einen neuen kriegen, bitte? Oh Mann. Ja, genug über Probleme der alten Leute. Zurück zu den jüngeren Leuten, die in der Dissert-Up-Dancen. Ja, es ist abzappelnd. Abzappeln, genau. Es war mal wieder ein kleiner, lustiger Post für kurzweilige Unterhaltung. Ich finde es nach wie vor, ich erwähne es glaube ich immer, wenn ich darüber rede, faszinierend, dass es jemanden da vor Ort gibt, der damit sein Geld verdient. Ja. Der sich hinsetzt mit dem Plüschrieg und wahrscheinlich vor einem Greenscreen da rumzappelt und ja, das postet. Aber hey, das ist die Welt heute. Immerhin verkaufen wir noch keine NFTs. Lass uns bitte nicht über NFTs reden, sondern gleich schnell weiter zum nächsten Thema. Genau, denn auch der offizielle japanische Account hat ein weiteres neues Artwork hochgeladen, auch im Zuge des Jahres des Tigers. Und zwar haben wir da ein 2D gezeichnetes Artwork von Sonic im Tiger-Pelz- Anzug-Ding. Ein Full-Body-Suit. Ein Full-Body-Fursuit. Oh Gott, so wollte ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber du hast natürlich recht. Es wird wahrscheinlich flauschig sein, oder? Also es sieht so ein bisschen Frotti-mäßig aus, angedeutet. Ja. Ja, ja. Ja, und natürlich macht er die Tiger-Kralle. Das hätte ich jetzt auch nicht erkannt, aber okay. Es sieht so ein bisschen nach so einem Raar aus, aber... Oh mein Gott, jetzt gerade, wo du das sagst, scrolle ich nach unten und was finde ich? Ein Bild, auf das jemand einfach Raw drauf geschrieben hat. Okay. Ich hab's dir mal geschickt bei Discord. Ja, ja, genau das. Genau so. Kommentare durchscrollen lohnt sich immer. Tatsächlich. Ich hab ja auch noch einen anderen Kommentar gefunden, von wegen First it was the Werehog and now it's Tiger-Hog. Can't wait to see what's next. Ja. Wie gesagt, ein kurzes, kleines Artwork für zwischendurch. Ich kann leider nicht erkennen, ob irgendwo steht, wer das gemalt hat, wer der Künstler ist, woher das kommt. Ich weiß es nicht, ich seh's auch nicht. Ich hab mir den Tweet mal übersetzen lassen, aber da steht nicht wirklich was dabei. Und es sieht nicht nach Oekawa aus. Ne. Der Stil ist tatsächlich so ein bisschen wie in Rise of the Wisps. Stimmt, ja. Nicht hundertprozentig, aber so ein ähnlicher, schon fast Self-Shading-Look. Naja. Trotzdem, Props an, wer auch immer das gemalt hat, wir gucken auch mal nach. Und, ja, vielleicht, wenn ich dran denke, dann halten wir euch dann nächste Woche auf dem Laufenden. Aber das sollte auch nicht das letzte Artwork für heute sein. Genau, denn es gibt noch ein Artwork von Sega Hardlight, die, ja, die Köpfe hinter Sonic Dash und Sonic Forces Mobile. Und auch hier gibt es ein kleines, ja, chinesisches Neujahrs-Artwork für das Jahr des Tigers, wo ihr Lucky Whisper, Luna Blaze und Laternen in Silver drauf sehen könnt. in ihren üblichen Standard-Renders, also so spannend ist es nicht, aber es ist nett, wenn man sich das vielleicht als Desktop-Hintergrund oder sowas machen will. Und die Artworks an sich, also die 3D-Render sind ja doch schon ganz hübsch. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool designt, muss ich sagen, die einzelnen Kostüme. Ja, besonders Lucky Whisper gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon ausgesprochen habe, auf jeden Fall habe ich daran gedacht, dass das Farbschema von den, ich nenne sie mal Bellen da an ihrer, an ihrem Schirm sehr stark an einen Pokéball erinnert. Mhm. Generell ist sie ja sehr weiß-rot gehalten, was an Pokéball erinnert. Es könnte auch im Pokémon-Universum existieren, dieses Outfit. Um mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen wir reden so lang über Pokémon und jetzt haben wir auch noch den Sonic-Podcast-Anteil auch noch mit dabei reingebracht ist. Es hat schon alles was miteinander zu tun. Ja. Es tut mir leid, Pokémon ist halt nun mal gerade ein großes Thema. Das stimmt. Ein neues Spiel und alles so, das passiert. Ja, ich verstehe es. Was ich aber nicht verstanden habe. Oh Gott. Ja, jetzt, jetzt kommen wir zu der News des Jahres. So, anders kann ich es nicht sagen. Es ist die News des Jahres und ich glaube, die wird nur schwer zu toppen sein und die wird wahrscheinlich sehr titelgebend auch für diesen Podcast, denn Sonic hat versucht, deine Bank zu überfallen. Es geht um eine D-Land Credit Union Nein, warte. Ja, doch, eine D-Land Credit Union Bank. Ich nehme an, D-Land ist eine Stadt oder sowas. Müsste ausgehend vom Namen des Newspapers, der es veröffentlicht hat, in Orlando sein. Und ja, dort ist jemand rein spaziert, der diese Bank überfallen wurde, er wollte und er hat halt eine Sonic-Maske getragen und das sieht sehr lächerlich aus. Also wirklich lächerlich. Absolut. Und es ist halt unklar, ob der Typ irgendwie mit Geld entkommen konnte oder nicht. Also ob er Geld mitgenommen hat oder nicht. Man weiß noch nicht mal, ob es überhaupt ein Mann war. Das wurde nur berichtet anhand der Stimme. Und ja, he entered the bank with the cartoon mask on his face and threatened a teller with a hammer. Also er hat einfach den Berater mit einem Hammer bedroht. Das sieht man sogar auf dem Foto. Hammer time. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich dachte immer so richtige Banküberfälle, sowas gibt's gar nicht. Also nicht mehr. Also diese klassischen, wo einfach einer reinläuft und sagt, Hände hoch, das ist ein Überfall und Geld hier rein. Genau, das sieht man halt irgendwie in allen möglichen Filmen und Serien noch. Aber ich dachte eigentlich, das ist so ein Relikt aus den 2000ern. Ja, ich glaube, da muss man sich enttäuschen. Das sind Sachen, die noch passieren. Und dann gehen sie natürlich erst recht durch die News, wenn es einer mit einer Cartoon-Maske macht. Warte, vielleicht ist es ein Relikt aus den 2000ern, weil Sonic ist ja auch ein Relikt aus den 2000ern. Das ist einfach ein Zeitreisender. Uff. Jetzt habe ich mir das auf einen Schlag mit allen Sonic-Fans auf der Welt verscherzt. Jep, da müssen wir drüber reden. Ich meine das natürlich nur aus Spaß. Sonic ist kein Relikt aus den 2000ern. Das war nur die Zeit, wo er gut war. Eigentlich ist er ein Relikt aus den frühen 90ern. Ja. Wo er wirklich gut war. Mhm. Aber hey, es geht bergauf. Der Film war nice. Ja. Und die Spiele sind in Ordnung. Ja, ich hoffe einfach, dass der Typ hinter der Maske irgendeiner, ein Sega-Mitarbeiter ist, der noch ein bisschen Budget für Sonic Frontiers klar machen wollte. Das ist eine sehr witzige Werbekampagne, wenn man es so nimmt. Ja. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, damit dieses Spiel großartig wird. Also, Farsi, wann überfallen wir die nächste, keine Ahnung, was für Banken haben wir hier, Sparkasse in irgendeine deutsche Stadt, Düsseldorf? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, darüber öffentlich im Podcast zu reden. Ich werde auf keinen Fall eine Sonic-thematische Maske tragen. Nein, nein. Niemals. Nein, nein, nein. Das würde ich überhaupt nicht allein für den Gag machen. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Welche Maske würdest du nehmen? Ich hätte Knuckles. Ich hätte tatsächlich, na, okay, es ist keine Maske. Ich habe so einen Plüschhut, wo die Stachel... Oh mein Gott, den habe ich auch. Den habe ich auf der Gamescom mal bekommen. Der ist großartig. Er sieht ziemlich furchtbar aus, aber ich liebe es. Ja, damit erkennt uns niemand. Nein, nein. Also, dann haben wir unser Banküberfalls-Outfit ja schon. Dann sind wir auch bald reich, dass wir uns die Statue, die neue, kaufen können und einen Palast. Ja, es schließt sich gerade der Kreis so ein bisschen, ne? Ja. Und neue Pokémon-Spieler. Und Nintendo-Soundtracks auf Ebay. Wir müssen halt nur sehr viel Geld mit aus dieser Bank nehmen. Sehr viel. Aber wir hätten es dann. Ja, und das kann uns bestimmt keiner mehr wegnehmen. Nee, weil wer es gefunden hat, darf es behalten. Das lernt man schon im Kindergarten. Genau. Also, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch im Kindergarten lernt. Bei uns war das damals so. Ich war schon ewig nicht im Kindergarten. Das wäre auch etwas merkwürdig, außer du arbeitest dort. Oder hast Kinder dort, aber ich glaube nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, Ladies, Randa, er hat noch keine Kinder. Und wie ihr im Intro schon gehört habt, ist er unfassbar gut aussehend. Ja, das hat jetzt, das hat jetzt, Ruki gesagt. Ja, ich muss es wissen, ich habe dich schon gesehen. Das stimmt. Ich nehme das mal ins Kompliment und sage danke. Und gebe das auch gerne zurück. Du hast mich aber sehr lange nicht gesehen. Ich glaube, ja, mittlerweile habe ich lange Haare. Ja, aber als einer deiner aktivsten Instagram-Follower kriege ich ja regelmäßig Updates. Ja, aber da sieht man die tatsächlich wenig drauf. Aber die nerven mich auch nur noch. Wie kriegst du das hin mit längeren Haaren? So häng mir die ganze Zeit im Gesicht, wenn ich nicht gerade einen Zopf drinne habe. Egal, was ich tue. Also ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren deutlich kürzer unterwegs als noch vor diesen Jahren halt. Aber wenn man dann mal so ein halbes Jahr dann doch nicht zum Friseur geht und die anfangen im Gesicht rumzuhängen, das ist schwierig. Also immer irgendwie versuchen hochzuföhnen, dann eine Art Haarspray reingucken, dass es hält und zwei Stunden später ist es eh ruiniert. Naja, wie gesagt, ich binde mir das halt immer zum Zopf zusammen und das ist halt eigentlich auch ganz nett und ich finde, das sieht gar nicht so furchtbar aus. Aber ich habe den Zopf ja nicht drin, wenn ich schlafe und ich bin Bauchschläfer. Und wo hängen meine Haare? Richtig, mitten in der Fresse und ich musste ja die ganze Zeit irgendwie das Ohr streichen, wofür sie mittlerweile wenigstens lang genug sind, dass sie da nicht die ganze Zeit wieder vorrutschen. Aber, oh Jesus, es ist so nervig. Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern, wie ich das damals gelöst habe. Also diese richtig lange... Abgeschmitten offensichtlich. Das war dann wirklich so die letzte Lösung, die mir eingefallen ist. Aber nee, das ist dann doch sehr lange her. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile auch auf dem Trip, dass ich sie bald abschneide, weil das war halt so ein Corona-Experiment. Kann man halt mal machen, wenn man eh nur in der Bude hockt. Ja, genau. Und ich wollte dann halt, weil von meiner Lieblingsband fahren wir dieses Jahr noch auf ein Konzert. Das sollte eigentlich im Januar stattfinden, aber aus offensichtlichen Gründen wurde das verschoben. Und bis zu dem Konzert wollte ich die eigentlich lange behalten und dann vielleicht wieder kurz machen. Weil ich wollte Headbangen. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben so richtig. Dafür brauchen wir lange Haare. Jetzt nervt mich das halt einfach nur... Ist der Termin dann auf absehbare Zeit verschoben oder? Mai aktuell. Wenn es dann im Mai wieder geht. Wenn die Zahlen das zulassen. Wie sich herausstellt, bekomme ich bald eine vierte Impfung im März. Ah, okay. Weil das ja für Risikogruppen wurde das ja jetzt durchgewunken. Und keine Ahnung, immer rein mit dem Stoff. Hashtag geht euch impfen lassen. Schützt euch, schützt eure Familie, schützt eure Freunde, schützt alle um euch herum. Und es sorgt dafür, dass wir irgendwann aus dieser Scheiß-Pandemie rausgehen können. Ich habe keinen Bock mehr. Langsam reicht's. Ja, langsam reicht's. Aber, ja. Ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Das glaube ich tatsächlich auch. Die News sind alle abgehakt. Wir haben auf einer absoluten High-Note geendet. Ja, und wir haben auch die ganze Zeit irgendwie Themensprünge gemacht, weil sie mir so eingefallen sind. Es tut mir leid. Manche Tage sind so. Ja. Und ich bin tatsächlich sehr erschöpft aktuell, weil ich viel gearbeitet habe. Naja. Nächste Woche habe ich mir aber komplett mal Me-Time genommen. Sprich, meinen Pokémon-Stream morgen, der wird nicht stattfinden. Ich habe alles mit Freunden irgendwie, dass wir irgendwie auf dem Discord was machen, also habe ich abgesagt. Ich brauche einfach mal Me-Time. Besonders jetzt, wo ich Sharknado 1 bis 6 durchgeguckt habe. Und, oh mein Gott, war das furchtbar. Ja gut, das, ähm, warum, warum? Also wir hatten ja schon mal hier über Sharknado gesprochen, das ist zwei Wochen her oder so. Mittlerweile sechster Film durch. Ich habe die alle als Dierburg, das weißt du vielleicht noch gar nicht. Also, jeden Film einzeln als Dierburg, weil ich einfach Bock drauf hatte. Okay. Und jeder Film war ein größerer Haufen als Scheißigkeit, an Scheißigkeit als der letzte. Den ersten habe ich noch gesehen, aber wenn du sagst, das geht noch weiter bergab. Der zweite ist besser als der erste. Echt? Okay. Der zweite hat wirklich auch phasenweise sehr viel Spaß gemacht. Und ab dem dritten wurde es dann aber richtig furchtbar. Und der letzte, da sind sie jetzt durch die Zeit gereist, weil sie den ersten Sharknado aufhalten mussten. Und man hat den Synchronsprechern angemerkt, den Deutschen, dass sie keinen Bock mehr hatten. Man hat den Schauspielern angemerkt, dass sie keinen Bock mehr hatten. Man hat den VFX-Artist angemerkt, dass sie nie Bock hatten. Also, der Film endet halt einfach, damit, dass er, der Hauptcharakter Finn, durch so einen Sharknado fliegt. Und da ist dann ein Zeitportal drin. Und dann fliegen da irgendwie richtig, richtig schlecht reingeschnitten er, Kleopatra, Hitler, Cäsar, die fliegen da alle durch die Gegend und verkloppen irgendwelche Haie. Und du sitzt einfach da als Zuschauer und bist so, bitte was? Ja, jetzt hast du tatsächlich so ein bisschen meine Neugier geweckt. Ich glaube, man kann sie Hashtag Not Sponsored an der Stelle auf Amazon Prime schauen. Okay, das werde ich mal recherchieren. Warte, ich schaue mal nach. Oder du machst es einfach, ja. Sharknado 1 bis 6, die komplette Filmsage, alle sechs Teile, 14 Euro. Ja, es gibt Sharknado, genug gesagt. Sharknado 2, The Second One. Sharknado 3, Oh Hell No, gibt es nicht kostenlos. Den müsste man leihen. Sharknado 4 ebenfalls. Sharknado 5, Global Sparming auch. Übrigens, Sharknado 4 heißt The Fourth Awakens. Ja, klar. Und Sharknado 6, The Last One, ist auch nicht. Aber die ersten beiden sind drin. Okay, dann vielleicht mal in den zweiten Teil reinschauen. Also, ich weiß nicht, kennst du Scrubs? War grob. Ausdrucksweise nie komplett gesehen. Weil eine von JDs Freundinnen dort, die Schauspielerin Tara Reid, die spielt den weiblichen Hauptcharakter dieses Films. Ah, okay. Und in den späteren Teilen kommt David Hasselhoff. Damit musst du sie gucken. Den tun sie aber auch echt überall rein. Aber das gibt im, ich glaube es war im vierten Teil, gibt es halt auch die übelste Baywatch-Anspielung, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Wo halt er und zwei weitere Schauspielerinnen aus Baywatch angezogen, einfach so in Zeitlupe da lang rennen und dann kommen Haier an und fressen die beiden. Oh no. Oh mein Gott, Sharktopus ist auf Prime. Okay, ich sehe, du hast ein Programm gefunden für die nächste Woche. Nee, nee, ich brauche Me-Time, ich lasse das ausfallen, weil das gucke ich halt mit meinem Mitbewohner und einem anderen Kumpel immer zusammen, weil wir einen schönen Beamer im Wohnzimmer haben. Oh, praktisch. Und ja, Two-Headed auch noch und Three-Headed Shark Attack auch noch. Da gibt es aber auch fünf Teile bis Five-Headed Shark Attack. Two-Headed habe ich damals noch gesehen, weil der in einem Bundle mit dem ersten Sharknado auf Blu-Ray, glaube ich, rauskam. Die haben wir damals einem Kumpel besorgt. Von wegen, hier, schau mal. Haben wir einen Double Feature an dem Abend gemacht. Hätte ich nicht vergessen. Katastrophal. Es ist halt auch einfach eine absolute Katastrophe. Also alles davon. Aber es macht Spaß. Das Blöde ist, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das hat diese Filme exponentiell schlimmer gemacht. Weil du sie wirklich bewusst wahrnimmst. Ja. Und ich konnte mich nicht betäuben währenddessen. Es ist schon schwierig. Aber gut. Damit haben wir es für heute. Ich würde sagen, wir können Feierabend machen. Wir haben jetzt, glaube ich, bald schon wieder anderthalb Stunden. Ups. 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 Ging ja noch fix. Und in diesem Sinne, ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen auf allen Plattformen, wo es geht. Hauptsächlich YouTube und Spindash. Oder auf unserem Discord-Server. Einen Link zum Discord-Server findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, wie auch immer man es nennen möchte. Alle Links zum Nachlesen findet ihr da auch, zumindest auf YouTube und auf Spindash im kommenden News-Artikel. Da habt ihr dann alle Links von allen News, die wir hier so beredet haben. Nochmal zum Nachlesen. Dann positive Bewertungen gerne überall. Spotify, Apple Podcast, wo auch immer es geht. Wir freuen uns da immer drüber. Und falls ihr uns privat Feedback zusenden möchtet, gerne eine E-Mail schreiben an gotapodcast at gmail.com Da könnt ihr auch Fragen stellen, Vorschläge einsenden. Wir sind immer für alles offen. Und was Feedback angeht, bleibt bitte einfach konstruktiv und dann ist alles okay. Dann sind wir da sehr, sehr dankbar für alle möglichen Arten von Feedback. Nächste Woche wird dann der David wahrscheinlich wieder da sein und nicht der Ersatz-David, wie er heute zu hören war. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, Fasti, es war sehr schön mit dir mal wieder. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ja, immer wieder gerne. Was ist mit deinem Akzent passiert? Ja, immer wieder gerne. Sehr schön. Und ja, keine Ahnung, bei Gelegenheit, du bist hier immer ein sehr willkommener Gast im Podcast. Das weißt du ja. Mit dir macht mir das unheimlich viel Spaß, wenn du da bist. Aber so ganz David ersetzen kannst du doch nicht, wie wir letzte Woche bei den Comics merken durften. Ja, auf gar keinen Fall. Soll ja auch nicht passieren. Aber ja, gerne mal so zu einer größeren Diskussion oder sowas bin ich wieder am Start. Oder wenn Not am Mann ist. Ich meine, der Sonic Movie kommt ja bald, das haben wir ja quasi schon in Sack und Tüten. Genau, spätestens da hört man sich, denke ich, wieder. Und alle, die gerade noch hier zuhören, bitte einmal Applaus für den lieben Fasti. Ach, aber nicht zu viel. Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen. Spendet ihm Geld auf Patreon, damit er sich noch 20 Lego-Sets kaufen kann. Keine Ahnung. Nein, mach das nicht. Ich habe eh keinen Platz dafür. Ja, komm, dann holst du dir einfach eine neue Vitrine. Stimmt. Irgendwann baust du einfach ein Dach über den Balkon und dann geht's da weiter. Mhm, ja. Du kannst dir eine richtig lange Green Hill Zone bauen aus irgendwie 20 Lego-Sets. Du könntest sie wahrscheinlich originalgetreu nachbauen irgendwann. Es wird mich nicht wundern, wenn es irgendwelche ganz absurden Leute gibt, die genau das schon getan haben und das als Ziel haben, weil gerade die Lego-Fans, die eskalieren da völlig mit ihren eigenen Kreationen. Aber gut, vielleicht finden wir tatsächlich sowas mal raus. Vielleicht schaue ich mal, ob es irgendwo einen gibt. Ja, dann sag Bescheid, wenn du was findest. Wir halten euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, wir hören uns in alter Frische, hoffentlich kommende Woche wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und in diesem Sinne, Tschüss und Fasti, du hast das letzte Wort. Und zwar wieder nur noch bis nächstes Morgen und einen schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer ihr gerade tut. Bis bald. Warte, um David richtig zu impostern, müsst du jetzt sagen, schöne Woche. Schöne Woche.